Guck mal, da hinten ist das Kolosse, siehst du? Da hinten, da gehen wir gleich raus. Da wo das Holz offen weist ist. Ja, das ist so gut. Wenn wir stehen bleiben, fallen wir nach ein paar Sekunden. Vielleicht fallen wir. Oh, ich will das machen. Oh! 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 Which one do you want to listen to? That one? Oh, sorry. Oh! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war's für heute. » 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.